Ich glaube, dass wir das heute relativ gut gemacht haben, haben uns gut aus den Pressing-Situationen gelöst. St. Pauli hat uns hoch angelaufen, haben uns gut daraus gelöst und haben unsere Chancen kreiert und haben die dann auch ganz gut genutzt. Ich denke mal, das 2 zu 0 ist auf jeden Fall verdient. Ich darf das, glaube ich, auch nicht zu hoch bewerten. Wir müssen uns auf die Liga konzentrieren. Man weiß auch immer nicht, wie stark der Kader von St. Pauli heute war oder jetzt letzte Woche bei den anderen Gegnern in Lübeck. Wenn die Liga wieder losgeht, sollten wir uns darauf konzentrieren, alles geben und dann wird sich zeigen, wie weit wir sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.